Und jetzt geht es um deinen Job beim Deutschen Roten Kreuz. Wer im ambulanten Dienst arbeitet, muss einfach Liebe für den Menschen mitbringen, teamfähig sein. Wir sind ein Team, auch wenn wir dann oft allein auf weiter Flur sind, treffen wir uns dann hinterher, trinken auch gemeinsam einen Kaffee, haben gemeinsame Dienstbesprechungen und das schweißt uns einfach zusammen. Ich liebe meinen Beruf. Ich liebe meinen Beruf. Das kann man in Wörtern, glaube ich, gar nicht so ausdrucken. Ich lerne wirklich viel, wirklich viel. Wenn ich auf Tore gehe, zusammen mit Fachkraft, das ist viel. Es ist mit Überraschungen voll, das muss ich echt sagen. Also jeden Tag ist anders. Dass ich hier als Altenpflegehelfer weiter schaffen kann. Deswegen habe ich das angefangen mit 49 Jahren. Das hat auch ein bisschen was mit dem Leitbild bei mir zu tun. Ich kann nicht besser dahinter stehen, wie jetzt beim privaten Anbieter in der ambulanten Pflege. Mich beflügelt es einfach. Und nun freue ich mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Nehmen Sie einfach Kontakt zu mir auf. Deine Günther Hinsseyin